Musik Seit 1955 bietet Dancorn flexible Flachlagerungslösungen an. Eine der Lösungen ist der überfahrbare Holzbelüftungsboden. Ein Qualitätsprodukt mit langer Haltbarkeit und fast keine Begrenzung der Anwendungsmöglichkeiten. Die Flachlagerungslösung trocknet fast alle Erntetypen, von Gras bis Getreide und Zwiebel sowie auch andere Sonderernten. Sehr einfache Einlagerung und Entleerung. Wir haben die beste Lösung auf dem Markt gewählt mit bis zu 10 Jahren Garantie. Der Boden ist aus hartem, astfreiem Holz aufgebaut und auf einer kräftigen Konstruktion von Holzunterzug, die auf einem festen Betonboden liegt. Zwischen den überfahrbaren Bodenplanken sind Stahlroste eingebaut, die eine sehr homogene Luftverteilung der ganzen Bodenfläche sichert. Einfache Reinigung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017